Und Oh Oh Wahrscheinlich Was 1, 2, 1 Ja 2, 1 Und Ja Nein Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, und ihr seht schon, wir sind nach langer Zeit wieder in einem 4er Star Drop Open League Battle. Wir sind zwar 4.000 Mal einmal mit Kuki. Hallo Moin Moin Und Leute, Premiere auf meinem Kanal. Richtig krass. Heute einfach mal rüber am Start. Was geht, was geht? Hallöchen Und Leute, natürlich der gute alte Leotin. Moin Moin Und mein Charlotte und Johnny und Moin Moin Und Leute, der Leotin hat mir einfach einen Kopfhörer aus dem Ohr gemacht. Und ich würde sagen, Leute, ihr seht schon, wir haben alle einen Deppel-Account und natürlich Leotin ist hier neben mir. Leute, er hat, ne, also hallo, hallo. Und er hat mein Deppel-Account, also mein Handy, keine Sorge. Und wir machen heute ein 4.000 Mal Start-Up Opening Battle. Wir haben alle einen leeren Account mit nur Shelly drauf. Ihr seht die Punkteliste eingeblendet. 10 Punkte gibts für einen legendären Browner, 1 Punkt für den seltenen. Skins geben immer 2 Punkte. Ich bin sehr gespannt, Jungs. Wer wird heute am... Hört euch alle rasieren und damit meine ich nicht die Haare oder den Bart. Ja, okay, mal schauen. Ich sag, ich gewinne. Ey, ich hab einen guten Tag heute. Ja, ich würd sagen, Jungs, lass einmal direkt reingehen in die Megaschweine und dann let's go. Leute, es geht los. 3, 2, 1, oh. Let's go. Let's go. Oh, Digga, Airtag. Bruder, was ist... Ui. Ja, egal. Hier, seltener Star-Drop. Seltener Star-Drop. Bei mir super selten einmal. Oh, episch. Oh, was? Direkt win los. Ey, das ist nur selten. Oh, episch. Ich weiß doch genau, Digga, du bist immer richtig, richtig lucky in den Openings. Ich glaube, beim letzten Mal hattest du sogar gewonnen gegen mich, oder? Oh! Legendär. Waaah! 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 Digga, du brauchst Leon ziehen. Ey, Alter. Ich bin... Ich glaube, ich gewinne heute wieder, Lukas. Gar kein Problem. Ey, macht ihr mal beide... Oh, ich hab auch einen! Mann! Oh, mythisch, mythisch. Ich hab mythisch. Ja, okay, lass mit mythisch machen, oder? 3, 2, 1, let's go! Waaah! Was? Alter, was? Melody! Melody! Ja! Bro! Nicht schlecht! Digga, wie viel Luck kann man haben? Du bist der erste Brawler! Das ist krass. Digga, er zieht einfach. Ey, ich müsste extra Punkte geben, weil der noch nicht draußen ist. Ey, eigentlich schon, ne? Ja, ja, aber so 50 Punkte, easy, oder? Digga. Nicht schlecht. Let's go, ey. Ehrlich Maschine, Pookie, sag ich dir ehrlich. Ja, das ist krass. Der erste Brawler direkt Melody ist schon stark. Egal. Ich hab nur Grün, ey. Ey, Bro, ich muss ehrlich sagen, Leute. Oh, legendär! Legendär! Wow! Und? Ach! Was hattest du? Tausend Münzen. Oh mein Gott. Tausend Münzen. Ey, das ist so unlucky jedes Mal. Okay, also ich muss schon mal sagen, die letzten Star Drop Openings, Leute, habe ich bisschen Pech gehabt. Egal, gegen wen ich angetreten bin jedes Mal. Aber, heute zur Ansage, ich werde alles auseinandernehmen, ich ziehe heute ein Legendären. Oh! Oh! BroB's kennenlernen. Oh, ja, BroB's. Sorry! Oh, broB's kennengelernt. BroB's hab ich schon mal bekommen. Wie sieht's bei euch da aus? Ich bekomm nur Grün. Ja, nur Grün. Nur selten. Oh, nur Grün. Also nur Grün ist das schlecht, ey. Oh, mütig! Mütig. Leute, wir öffnen auch heute Ranked Star Drops, das heißt, auch da kann man natürlich noch mal extra Punkte sagen, ich bin mal sehr gespannt, aber erst mal geht's weiter, ich hab die Boxer, let's go. Oha, hab ich da das E-Wort gehört? Ne, ne? Ne, also Elfimo hast du nicht gehört, ne? Oha, was? Oha, oha, bling, unlucky, ne, Borg? Ja, egal, ich führe, alles gut. Aber dicke. Leute, ich hab die nächsten Brawler, Colt. Ja, ich hab doch gesagt, heute, heute wird's bei mir laufen, aber es geht weiter, Leute, let's go. Lass auf jeden Fall mal ganz fett ein Like und kostenlos Abo da, auch bei allen Teilnehmern und schreibt's in die Kommentare, ob ihr auch mehr Openings sehen wollt, Leute. Ich finde persönlich, die Star Drops Openings blocken auch richtig krass. Oh, oh, ne? Ja! Ja, ey, Leute. Ey, stark, Leon, die Maschine, Alter. Oha. Ey, River, ich glaub, du bist der Einzige, der noch keinen Brawler hat, oder? Jo, ja. Oh, kein Skin. Keinen einzigen Brawler. Oh mein Gott. Das ist krass. Das ist echt unlucky. Das ist unlucky. Oh, mythisch, mythisch. Legendär. Oh. Und, und, und. Oh, PSG-Sherly. PSG-Sherly. Ah, okay, krass. Richtig und wichtig. Mythisch, mythisch. Oh, legendärer Star Drop wieder. Let's go. Der? Okay, ich wollte jetzt auch legendär. Ey, übrigens, Brawler, Brawler mit Credits zählen auch, oder? Ja, die zählen auch, genau. Oh, okay. Die zählen auch. Und? Ja! Lol! Ich hab einfach, Digga, El Atomico, Digga, der Atomboxer. Lol, geil. Geil. Ey, wann krieg ich eigentlich wieder was? Ja. Ja, ich hab auch schon lange nichts mehr gezogen. Oh, Digga, ich hab Bull gezogen. Lukas, El Atomico. Boah, epic. Oh. Und, nehm ich nach mythischen Star Drop, aber, na, leider nichts, ne? Ich glaub, Lukas, du könntest mich schneiden geholt haben, ne? Ja, ich glaub schon mit der, mit der Masse, ne, einfach. Ja, ja, save. Aber... Mythisch, mythisch, und bitte. Ach, wieder Bling. Ne, Mann. Masse statt Klasse. Das geht auch zum Siegmannsschall. Oh, Lingenär, 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 Lingenär. Oh, Haporg. Und da ist jetzt, ähm, Jonas drin. Ich zieh ihn jetzt. Oh, Jonas. Und, 1000 Münzen. Oh, oh. Schade. Mythisch. Bitte, 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 und, und. Oh, Gott. Jawoll. Alter, stark, stark. Sag, da muss auch auf, ja, auf jeden Fall stark. Ich hol mir Pucki. Ey. Ja, ja, ich hab Angst, dass ihr mich einholt, äh. Aber Puck, das ist bisher, ja, ja, du hattest bisher nur Melody, ne? Ja, ja. Wie meinst du mal, krieg' du auch was? Hey, ich hab' mir bisher ja noch gar nichts gezogen. Episch. Wirklich, gar nichts. Was ist, fast? Ich krieg' nur Pinz. Oh, ja. Ja, ich krieg' nur Coins. River, für dich ist das auch das erste so Opening, oder? Oh. Ja. Ah, okay. Theoretisch schon. Krass, krass. Wie fühlt es an, dass du deine Finger schon ein bisschen weh vom Tippen, oder geht's? Nee. Aber mein Kopf fühlt sich hier mies, äh, zwecks dem ganzen Pest, was ich kriege. Ja, ja. Ich zieh' nur grün. Oh, nur grün. Ah, zwingt. Legendär. Oh, legendärer StarCop. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da ist es Leon drin. Oder Kid. Hoffentlich nicht. Alter, ey, ich sag' dir, Leonty, wenn du jetzt einen Legendären hast, dann bist du der Krasseste, ey. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob's, ob's, ja, ist ein bisschen früh für einen Legendären fast schon. Dann wird's schwer. Sag ehrlich, Ansage, was hast du? Ja, oder? Ja, es geht, es geht. Tausend Münzen. Tausend Münzen hast du? Oh, mein Gott. Okay, dann öffne mal, komm. Drei, zwei, eins. Ja! Ja! Digga, hat einfach Genie gezogen, Bro. Oh, direkt ein Mythischer hinterher. Ah, Powerpunkte. Oh! Wohl! Jawohl, wohl! Alter, ich hab schon kurz Angst gehabt, dass du so einen Legendären hast oder so. Ich hab da auch gedacht, ja. Aber man kann das nicht einschätzen, so wie bei Jonas. Ja, ja. Oh. Mythisch? Ja! Alter! Ja! Ich glaube, Leontyn ist gerade vorne, glaube ich, oder? Mythisch? Ja, Leontin führt total, ja. Mythisch? Okay, Lukas, sagst du, was bekomme ich? Mythisch. Äh, du kommst, ey, wenn du Glück hast, bekommst du Mordes oder so. 3, 2, 1 und? Bull. Ne, Brock. Powerpunkte. Oh, Mythisch. Aus einem mythischen Star-Up kann man ja auch einen mythischen Brawler ziehen. Das ist sehr, sehr selten. Das ist schon sehr schwer. So. Ich hab auch gehört, aus einem Legendären kann man eine Legendäre ziehen. Ja, richtig. Los geht's, richtig. Aber nicht du. Ey, doch. Mythischer Star-Up gönnt. Digga, 500 Münzen. Ey, ich find immer diese Münzen, digga, das ist wie so. Schlag ins Gesicht, so gefühlt, ne? Ja, Münzen ist echt das Schlimmste. Vor allem jetzt hier in einem Battle, da bringt das halt gar nichts. Legendär und legendär kaum. Wenn da nichts drin ist, wirklich. Oh. Spread it. Und? Spread it. Münzen. Das ist es. Münzen aus dem Legendären. Oh mein Gott. Oh, das ist belastend, Digga. Ja. Alter. Ich bin gebrochen. Einmal hier ein Mitleids-Like. Mythisch. Münzen. Können, Bruder, bitte. Mythisch. Mythisch. Wieder blinken. Ey, so langsam. Ich hatte schon so lange kein Legendären Star-Up mehr. Also mindestens so fünf bis sechs Schweine oder so. Krass. Oh, legendär. Oh. Ich mach direkt auf. Ich zieh direkt legendären. Los geht's. Abfahrt. Ja. Ja, das ist halt belastend, Park, ne? Sag ich mal so. Passiert dem Besten, ne? Ich weiß nicht, was mein Luck jetzt hier gerade ist. Ich hab nichts gezogen außer Melody und PSG, Shelly. Okay, ich hab sieben Punkte. Aber das geht fest. Man muss aber auch sagen, Melody so direkt am Anfang zu ziehen, ist halt auch schlecht. Oh ja, so ne? Ich bin mir nicht sicher. Leute, ihr seht ja eh gerade eingeblendet, wer gerade führt. Ich vermute mal sogar, na wobei, ich, ihr, Team Lube. Ja, locker. Leute, Team Burger-Pormus ist vorne. Oh mein Gott. Das war's mal wieder komplett, Junge, ey. Huch, Glück gehabt. Unlucky. Mythisch. Unlucky. Oh. Okay. Oh mein Gott. Komm, ich würd sagen, kannst öffnen. Drei, zwei, eins und. Und. Ja. Ja. Squeak. Hä. Lois. Digga, jetzt den zweiten mythischen, Digga. Ey, ich hab schon gedacht, ich krieg Spikes. Ja, ich sag auch mal. Legendier. Ja, auch die Spikes. Oha. München, tausend München. Oh mein Gott. Ich verstehe das. Hier kann man jedes Mal so viel Glück haben, Leonzin. Erklär's mir mal. Ich weiß nicht. Was machst du immer von einem Aufnahmen? Ich bin ein bisschen trainieren. Ich bin nicht aktiv, oder so. Oh, gelassen mittel. Oh, lois. Oh, hey, Digga. Angelo. Du hast auch die 2,9 Dollar gezogen. Digga, das ist auch super krass. Ja, das ist total reingell. Ich glaub, jetzt ist ne Poco vorne. Oh, loll. Oh, achso, ich hab gedacht, es ist wieder da. Alter, jetzt ab. Mythisch und BDK mythisch. Supercell. Oh, jawoll, Jessie. Oha, die nehm ich mit, ja. Supercell versus Tima hier. Oh, bittisch. Die mitkomm. Ach, Powerpunkte. Episch. Blink. Oh, ja. Digga, legendärer Star Drop. Lol. Okay. Boah. Bitte kein legendärer, bitte kein legendärer. Gun, Gun, Grow. Oh, ja. Ja. 2000. Ja. Neuer Brawler, Bali. Die Supercell ID hast du gezogen. Ja, ja. Ja, stark, stark. Hey, wieso die Supercell ID? Oh, legendärer. Oh, digga, Fork. Ah, wegen dem Skin. Ja, genau. Weil man bekommt ja Bali, wenn man die Supercell ID aktiviert, ne? Genau. Okay, ja, Fork, gönnt ihr mal, ne? Mythisch. Mythisch, komm, komm. Ich hab schon gedacht, irgendwie liegen die auch. Hat schon jemand eigentlich mit Credits einen Brawler bekommen? Ich glaub nicht, oder? Fast. Nee, nee. Ich ziehe gar keine Credits. Ja. Also ich hab, glaub ich, so 40 oder 50 Credits. Ich hab 90. Ja, ich hab, glaub ich, mehr. Das sind so 30, glaub ich. Das ist echt schlimm. Aber das mit den Credits, das ist auch krass teilweise. Alter, du hast wirklich 90 Credits, Digga. Heftig, derartige. Nicht schlecht. Gön, Bruder. Oh, müßig. Ja. Ich hab's schon ein paar Mal mit erlebt, äh, so ein mythischer Brawl aus dem mythischen Starbuck. Nochmal mythisch, Alter. WTF? Ja! 8-Bit-Skin. Alter. 8-Bit-Classic, Digga, krass. Ja, Leute, ich weiß auch nicht. Hast du Burger-Pommes davor gegessen? Vielleicht. Ja. Vielleicht gibt's da noch. Vermutlich. So. Gön, Bruder, bitte. Oh, mythisch. Ja. Oh, ich hab den Boxer gezogen. Lol. Ja. Echt, oder? Ey, was, wenn Pukki zieht? Was, wenn Pukki zieht? Zufall. Was, wenn Pukki zieht? Ja, Pukki. Ja, das wär echt krass. Ja, Pukki ist Kevin. Ja, ja. Kevin, das ist eigentlich, also Kevin das Ei ist eigentlich Pukki, ne? Ja. Was, Pukki? Ich hab richtig Angst, wenn du hier und hier was ankündigst. Oh, nochmal. Okay. Was hast du Angst? Was meinst hier? Ich hab richtig Angst, wenn du hier irgendwie sagst, du hast einen guten Star-Drop, hab ich richtig Angst hier. Ja, ja. Ja, ja. Oh! Oh! Was? Dankeschön. Dankeschön, du bist der Beste. Okay. Wollen wir gleichzeitig öffnen, Leontine? Ja. Okay, drei, zwei, eins. Los! Und! Ja! Ja! Let's go! Bro, wie, wie kann das denn sein? Das geht gar nicht. Alter, Monty ist jetzt Queek und Archie. Ich glaub, Leontine führt immer noch, aber ich glaub, ich hole sie langsam auf. Kennen wir's? Ja, ja. Ihr seid, glaub ich, gerade gut weit vorne, ihr beiden. Was denkst du? Letzter? Das werd ich sein. Ja. Ich glaub auch. Ja, ja. Aber ich weiß natürlich. Aber ich komm noch langsam, glaub ich. Ich hol noch Lukas rein. Ja, ich hol Lukas noch einen. Ja, wer weiß. Welcher Rank seid ihr entrankt? Boah. Hat man nicht viel gespielt. Ich bin bei mir Gold. Boah, ich bin noch knapp bei Silber sogar noch. Ja, ich will ja nicht flexen, aber ich bin legendär, Jungs. Was? Hä? Ja. Alter. Und trotzdem gewinnen sie und Tinas Opening Battle. Ja, man weiß doch nicht. Das verschafft mir leider keinen Vorteil hier heute, ne? Nee. Ich mach jetzt gleich wieder legendär hier, dann hab ich doppelt legendär. Oh. Bei mir auch. Okay, wie sieht's aus? Oh. Boxer. Der Boxer. Oha. Wie sieht's euch gerade aus? Er hat so Zerstrecke, oder? Naja. Ja. Ja. Ja, eher durchs Zerstrecke. Ja. Oh, Poco. Alter, Poco Loco. Okay. Gönn, 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 gönn. Oh, mythisch. Mythisch. Genau. Ja. Oh, jawoll. Skin. Viel Gas. Oha. Alter. Oh, legendär Gas da, Rob. Oh mein Gott. Okay, ey, jetzt, jetzt brauche ich das Lack. Gönn. Komm. Oh. Oh. Alter, Heizankold. Okay. Oha, cool. Ich wusste am Anfang nicht, was ich gezogen habe, aber es war der Heizankold. Außer Cordelius. Ja. Den habe ich letztens auch nicht erkannt. Ja, okay. Segel wird es auch nicht erkannt. Mythisch. Und bitte, komm, komm. Oh, jawoll. Neuer Brawler. Tick. Oha. Da hat noch keiner, oder? Oh. 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 So viel Glück kann man doch nicht haben. Oh. Alter, das geht gar nicht. Okay, das ist so langsam ein bisschen unglaubwürdig. Ich. Tick. Irgendwas wurde hier gecheatet oder so. Ne, ne. Ey. Ich sitze genau daneben. Also, ich, äh. Oh. Keinen Scherz. Ich würde echt mal interessieren, wie viele Legendäre ich insgesamt schon gezogen habe in meinem Leben. Irgendwie wollen wir gemeinsam öffnen, ich habe mythisch. 3, 2, 1 und... Der Atomboxer. Auch Atomboxer, krass. Ich habe mythischen. Ich habe mythischen. Okay, lass sie zusammen öffnen. 3, 2, 1 und... Gönn. Ja. Ich habe schon so lange keinen neuen Brawler mehr gezogen, Mann. Kannst schon jemand aus dem Ewigen droppen? Oh, was? Oh. Weiß ich nicht, aber aus Legendär ziehe ich jetzt Legendär. Immer wenn ich zocke ist... LEGENDÄR! Jaaa, der Königsboxer. Gönn, Bruder. Ey, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal gleich versuchen, dass jeder einen legendären Star-Drop hat, ne? Okay. Das wäre krass. Habe ich nichts dagegen, ja? Oha. Ah, du hast einen Legendär? I'm ready. Ja, ich bin ready. So, ich warte? Ja, dann warte mal auf uns, warte mal auf uns. Boah. Was meinst du, wie lange wird das dauern? Locker drei... Oh. Ah, mythisch, ne? Ich glaube bei Leontine nicht mehr so lange, glaube ich. Ja, ja. Kommt vom Gefühl her echt, ne? Ja. Oh, Colt! Oha, Colt! Oha. Oh mein Gott. Sieh mal lieber einen Legendären Brawler-Poki, den muss ich nie warten. Ja. Ja, ich bin dabei. Oha, Gas! Oha. War das nicht gerade ein Legendärer Drop? Nein. Das war ein mythischer Drop. Ah, krass. Oh, ich hab der Nizza durch Credits, Digga. Oha. Oha. Let's go, den Ehren-Brawler. Und ich bin gefangen im Legendären. Ja, ja. Aber ich krieg eh noch Münster ein, ich könnte auch öffnen. Oh! Man weiß nicht. Das ist gut, aus nem seltenen Star-Drop war das. Oh, mythisch! Oh, mythisch! Ja! Coltskin! Er bekommt ne mythische. Und dann noch gute Skins. Das ist schon... Schon krass. Das lag bei Leontien ist schon anders, muss man sagen. Ja, ja, ja. Das stimmt. Nicht mal Poki und nicht zusammen, um so viel Glück. Ist so. Vielleicht bringt das Glück? Ey, aber ich frag mich gerade, wieso keiner von uns nen Legen, der einen Star-Drop bekommt? Ey, das ist... Einen von vier. Eine sehr gute Frage. So langsam wird das fast schon unfair hier für wir waren. Ja, ja, ja. Vielleicht bringt es ja auch Glück, wenn man Erecheck war. Oh, Krippels! LOL! Soll ich mit meiner Stimme los? Äh, Griff? Wir hatten bisher fast gar keine epischen Bezüge, ne? Rüber, ist es langweilig oder ist es nicht langweilig? Ich sag was, Jesse. Oh, Gas! Und du hast... Nee, den Pfadfinder Gas hast du. Oha. Ey, Alter! Ich hab einfach... Ich hab einfach Leontien zu. Ja. Lol. Fan-Legendär. Ja, ey, wir alle drei ziehen gar keine... Oh, Coltskin! Oh, hallo! Liebe Leontien! Hause, Leontien! Ist doch... Eins gehen nach dem anderen, das ist krass. Ich glaube, dafür krieg ich einfach mal so fünf Punkte, oder? Du meinst, dafür hast du so lange den einzigen an? Genau! Genau! Legendär! Let's go! Ja! Okay, Leontien, nur noch wir beide, okay? Okay. Und nicht skippen, wenn du einen hast. Ganz wichtig, ne? Oh! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ja? Ansage! Okay, nur noch Leontien jetzt. Oha. Jeder wird jetzt ziemlich gezogen. Neun. Na, Lukas, willst du schon, ja? Zehn! Oh! Na, willst du es? Ey, belastet! Oh! Ja! Stark! Geil! Und jetzt ziehen wir gleich alle Gold. Ey, wenn... Ja! Digga! Also wenn das, wenn wir so 4.000 Gold jetzt gleich einfach haben... Ja! Oh! Achtung! Oh nein! Haben wir jetzt den Legendären? Achso! Kippt durch den Nita? Ne, ne. Der kommt noch, oder? Der Nita? Oh, oh, oh! Achtung, Achtung, Achtung! Okay, Leute! Ich würde sagen! Oh mein Gott! Drei! Zwei! Eins! Go! Oho! Hypercharge! Digga! Wir haben wirklich 3.000 Minzen und einen Hypercharge, Bro! Ey, was? Digga! Ich bin richtig sauer! Digga! Jetzt hab ich Glück hier, sag ich dir! Ey! Das war schon richtig unlucky gerade! Du bist ein Legendär! Und? Komm, komm, komm! Ach! Münzen! Oh mein Gott! Ey, als ob du so schnell nochmal einen Legendären Startup hast! Ja! Gönn, gönn, gönn! Ich weiß nicht, was mit dem Luck los ist auf einmal, aber... Also ich kann mir vorstellen, dass sich das aufbaut. Also grad bei dir, Leontine. Das wird sich aufbauen und dann knallt's richtig mit einem Legendären, glaube ich. Bist du dir sicher? Weil ich bekomme die ganze Zeit selten. Ja! Oh! Die Biene! Oh! Geil! Stark! Aus einem mythischen Startup! Ich hab liegen der Startup! Nein! Oha! Okay, jetzt aber! Drei, zwei, eins! Gönn jetzt! Ja! Oh! Ich hab schon gedacht, Sandy! Ich dachte Cordelius, aber es ist Wahltour-Renita nicht! Das hat mich an dem Leben gerne angehört! Nein! Einfach Wahltour-Renita! Krass! Oha! Mythisch! Ah, graded leider nicht ab! Oh! Okay! Let's go! Skin for Bali! Skin for Bali! Geil! Oh, ich sag Skin! Okay, okay, okay! Jetzt kommt das... Leontine lag wieder zurück! Gönn dir die tausend! Drei, zwei, eins und! Jaaaa! Woll! 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 Immerhin Skin! Geil! Immerhin, immerhin! Legendär! Legendär! Oh! Bitte kein Legendär! Okay! Hier ist jetzt ein legendärer Brawler drin, und zwar Cordelius! Los geht's! Ich hab mythisch! Oh my god! Ich würd sagen, wir lassen es auch so machen, jeder öffnet jetzt nochmal so ein paar Megaschweine und dann machen wir nochmal, ähm, paar Ranked Star Drops, ne? Geil! Wie viele Punkte geben die, äh, Skins? Bei den Ranked Skins, bei die... Legendär! Oh! Douglas, was krieg ich? Komm, du hast Glück! Leon? Okay, komm, wir öffnen! Und? Oh! Was? Oh my god! Neuer Löwe! Also Löwe-Bull! Geil! Löwe-Bull! Löwe-Bull! Ich dachte, was, was für Löwe? Hä? Episch! Oh! Tickpin! Schick, aber bringt keine Punkte! Aber über den Tickpin freust du dich bestimmt heimlich! Ja! Klar! Bug nicht! Aber wie kann dein Lieblings-Brawler Tick sein? Oh! Er spielt halt gut im Team! Ja! Grüße ihn raus an TikTok! So, keine Ahnung, vielleicht klippt das ja, wer los geht's! Oh! Oh! Pock zieht die ganze Zeit, ey, Primo-Skins! Boxer-Skins heißt das, Leontine! Wichtig! Das E-Wort ist verboten! Das ist verboten! Hört ihr das auch die ganze Zeit piepen? Der Kater hat das bestimmt gepiept! Keine Ahnung! Aber vielleicht in den Ranked, ja! Vielleicht bist du da! Vermute! Ich bin auch ready für die Ranks, ey! Ich hab Bock! Ey, wieso krieg ich eigentlich gar nichts? Du hast gesagt, es powert sich hoch! Ja, dachte ich aber irgendwie! Vielleicht kommt das ja noch, Leontine, ne? Oh, das bei mir auch hoch? Ja, das war alles nicht! Ich muss für eh lange warten! Dave tut seinen Finger schon weh! Oh, leg ihn her! Oh, bitte! Oh, Edgar! Lol! So, Leute, wir schauen jetzt nochmal mit paar Ranked Star Drops! Wer hat Glück und bekommt nochmal einen Skin? Und was meint ihr, was wäre fair? Weil hier einen Skin zu bekommen ist schon sehr selten! Also wie viele Punkte gibt es einer? Zehn Punkte! Ich würde so sagen fünf! Ich sag zehn! Komm, lass acht Punkte machen! Weil da musst du erstmal den Brawler haben und dann noch den Skin bekommen! Das ist schon sehr selten! Ja! Ich würde sagen drei, zwei, eins und... Bling! Okay! Okay! Die nächsten mal! Drei, zwei, eins und... Und... Alle bling? Ja! Okay! Drei, zwei, eins und... Und... Bling! 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 Drei, zwei, eins und... Bling! 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 500 bling. 500 bling ist gut. Dann 3, 2, 1 und... Ja! Was? Ne Leute, wir hatten nichts. Aber ich würde sagen, war trotzdem ein geiles Video. Lasst ein Like, dann kostet uns ein Abo. Checkt alle ab in der Beschreibung. Und bis dann. Ciao, ciao.